Kräuter, irgendwas ist an den Typeskräuter wieder falsch. Komm, kannst du nachher auch noch gucken. Okay, dann speier ich jetzt erstmal so ab. Okay. Okay, schon mal. Okay. 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 Hier aber Wildschweine. Weiß. Gleich mal abnehmen. Der kommt. Ja. Die schliefen meinen Freund, aber geht fremd. Was? Na ja. Man kenne sie doch, die Weiber. Ja. Kommst du? Ja. Ich bin ja am Starten. Du bist sehr leise. Ich bin schon am Starten. Du bist aber sehr leise. Nee. Wie lehrt sehr leise? Leerzeichen? Leerzeichen? Wieso sehr leise? Weiß ich nicht. Wie kann ich denn sehr leise sein? Genau, ich habe nicht grendelt. Nee. Ähm. Ähm. Aber ich habe eine fette Base gefunden. Ja, nice. Mit zwei Flocken. Mit zwei? Hm. Wo? Da muss so viel Stuff drin sein. Ich bin gerade sogar schon zurückgeportet worden. Ich war nicht weit von uns weg. Ich bin einfach Richtung, äh... Tiergeräusche gegangen. Da, wo die Baustelle auch ist. Äh, ich bin noch nicht drin. Ich bin auf dem Weg. Sind bestimmt die Typen, die auch, äh, geradet worden sind. Und dann bitten. Haha. Ey. Ey. Ich glaube ich habe Schüsse gehört. Was? Findest du überhaupt Geld auf dem Server? Ja, eine. Wow. Ja, warte kurz, dann kannst du mir noch ein Ding geben. Eine Waffe. Ja, aber ich habe auch nicht viel Munition mehr. Ach so. Ja, aber für ein Töten reicht das. Komm schnell runter, Mann. Komm. Ja. Sag mir das doch nie. Ich habe nichts dafür, wenn der so lange runterlädt. Scheiß Mods. Na los. Na da. Das sind aber komische Schüsse. Ob das von der Longhorn ist? Keine Ahnung, so. Das hört sich an wie ein Schuss, aber jetzt nicht so. Wie ein Schuss. Das ist weit weg, aber normalerweise schallt es ja dann, wenn es weit weg ist. Aber das ist so, als wenn es eigentlich ein normaler Schuss ist. Voll weit weg. Okay. Ich habe gehört, du kommst. Lädt gerade. Um auf den Silber zu kommen. Da muss man gleich Geräusche lautstellen. Mal gucken, ob das auch ist. Das ist voll komisch irgendwie. Zwei Sekunden. Sonst höre ich auch nichts mehr. Doch. Ich bin wieder drinnen. Hm. Ich bin schon unten. Richtung Baustelle. Das klingt voll komisch, ne? Ja. Das klingt echt komisch. Ob das die Longhorn ist? Aber die... Ich dachte, die ist nur ein Schuss. Ja, ist auch Einzelschuss. Aber der hat gerade voll oft hintereinander geschossen. Irgendwie so. Das geht nie. Sollen wir uns den holen, den Typen? Genau. Ich habe eine Longhorn einstecken, aber die hat auch kein Gezien. Nee. Weil das ist eine P9... Äh, P1 oder so. Weißt du nicht. Das ist auf der Baustelle, ne? Ich bin an der Baustelle, ja. Links vor dem Haus, ne? Ja, genau. Links da ist so ein Shop. Genau. Da bin ich durch und dann... Ich wollte schon mal was trinken. Ich kann dir ein bisschen Wasser geben. Aber an der Schule ist ja auch so ein Brunnen. Zur Not. Aber ich habe auch wie gesagt noch Wasser. Alles gut. Und hier ist auch die Base. Nice, sehe ich. Genau, da lang. Einfach geradeaus. Aber warte mal doch. Ich habe noch ein bisschen Money, sehe ich gerade. Irgendwie sind meine Tasten ein bisschen verbuggt. Wegen? Ich kann irgendwie keine... Keine Ahnung. Irgendwie ist das ganz komisch gerade. Ich kann schon mal die Offen nehmen. Aber da müsste drauf sein. Ja. Dafür habe ich sogar noch Money. Und da ist die Base dahinten. Bei der Scheune da. Hast du zufällig noch 308 da? Nee. Nee. Das war nicht die 508. Ich weiß noch, wie die aussieht. Das ist gut. Ich hatte sogar schon 20 von Rot rauf bei mir. Das Licht holt mal hier runter. Brauchst du eine Batterie? Nein. Oh, hier ist ein Fass. Oh, nee, doch nicht. Wo ist die Base? Ja, bei der blauen Scheune da vorne. Oh, nee. Oh, nee. Oh. 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 Oh, Nagelkäse nehme ich mit. War ja klar. Geradet? Nee, ist ein Code Lockdown. Und Stacheldraht. Und natürlich auch für das... Okay, warte, warte. Da kann ich den Trick zeigen. Wenn sie es nicht gefixt haben. Ach, Quatsch. Warte mal, kannst du dich mal... Da vorne dran knien? So? Jetzt muss ich nur noch auf den Rücken kommen. Oder stelle dich mal mit dem Rücken zu mir? Also... Ja, einmal drehen. Mach mal. Genau. Hupf. Hi. Jawohl. Mach doch nicht? Nee, noch nicht. Kannst du noch ein Stückchen nach rechts laufen? Ja, perfekt. Komm schon. Lass mich doch jetzt einfach auf den hoch. Na. Wenn er typisch kommt, denkt sich bestimmt, Alter, was ist denn da los? Na, jetzt brusche ich mal wieder auch. Sollen wir nicht... Warten. Alles gut. Was man aber machen könnte... Warte mal. Ist das Bild everywhere drinne? Ich glaube. So. Schau mal schnell zwei Stöcke. Habe ich ein Seil einstecken? Nö. Du hast auch nicht zufällig ein Seil einstecken, ne? Nö. Ja komm her. Ja. Jetzt hört man gar keine Schüsse mehr. Hat Angst. Du hast ein Slowene. Der hat gegen uns eh keine Chance. Ja. Lappen. 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 Nö. Du musst mit dem Wasser auf den Sack gehen. Und dann irgendwo ihn los! Der mit dem Wasser auf den Bühnen! Etwas... Nö. Ja, warte, kann ich dir gehen, sofort. Ich mach's hier. Licht hier. Ja. Wenn du Feuer hast, mach den Besen hier an. Der bleibt dann kerzegerade auf der Dinge stehen. Auf dem Boden. Was war denn das? Das ist zu lustig. Das sieht so lustig aus. Und du kriegst Wärme dazu. Hm. Was ist dahin? Was ist dahin? Ja, hier hinten haben sie ein ganz normales Tor mit Joden. Noch mal Nadeltäste. Das ist ne Wand. Ja, ich will. Was sagst du? Kann ich leicht abmontieren dann. Wenn du reinkommst. Ja. Sollen wir die Sachen dann mitnehmen einfach zu unserer Base? Ja, klar. Aber ich hab jetzt nicht so viel Platz. Oh, fuck. Was, was, was? Komm mal hierher. Wo bist du? Mine oder was? Ne. Bärenvolle? Ja. Aber schon gesetzt. Ja, dann kann man ja... Aber ich seh da hinten, irgendwie am Ausgang, soll ein Weg reingehen. Aber trotzdem, währenddessen erstmal noch Stoffwitzen heulen. Hehehe. Was ist das? Sind hier Schweine? Ich hör nicht. Ja, hier sind Schweine. Ja, moin. Hier ist offen. Wo? Bei mir. Ja. Wo bist du denn? Auf der anderen Seite. Von diesem Teil her. Man kann ja auch einfach da hoch, ne? Ich hoffe, nur hier ist keine Bärenfalle. Aber da ist das laut, gerade. Wo bist du denn gerade? In der Halle. Oben bin ich. Achso, du bist oben. Ich bin unten. Hi. Ist oben was? Ich hab jetzt noch nicht geguckt, aber ich hab einen Zaun oben gesehen noch. Okay. Hier ist nur ein Zaun. Kann sein, dass ich hier noch bauen will oder so. Ich weiß halt nicht. Hier wäre... Ne Hexer. Können wir ja mitnehmen. Ne Hexer? Ne Hexer. Brauchen wir das halt doch eigentlich? Ne, ne? Warte mal. Ne. Ist das ein Zombie da? Oder ist das ein Spieler? Ne, ist das ein Zombie, glaube ich. Ja, ist gut. Ist das ein Zombie nur? Was hast du? Brauchen wir ein Zeltdach? Nicht unbedingt, ne. Aber unten, die grünen Zelte würde ich gerne mitnehmen in der anderen Halle. Ja, ja, und die können wir auch kleben. Wie viel Platz hast denn du? Ich hab ein bisschen. Ich hab ja einen großen Rucksack mit und der ist fast leer bis auf das erste Mal. Das kann ich ummodeln. Hinten runter. Na, Sekunde. Der hat fleischert, wird sowieso bald vergammeln wahrscheinlich, wenn ich Pech hab. Hier bei der Treppe liegt eine Metallsäge, nehm die mal mit. Sekunde. Achso, ich hab noch ein Magazin für dich, by the way. Hab ich vergessen. 40 Schuss. Nehme ich gleich. Oh, ne Pfanne. Ja. Können wir auch warten dann eigentlich. Oh. Was? Hier scheint was zu sein. Ich hoffe, nix tödlich ist. Naja, haben es falschrum angebaut auf jeden Fall. Alter, ich dachte gerade, ey, der zu mir kommt noch so eine Ecke hinter dir. Versuch du mal, auf meinen Rücken zu springen. Kannst du reingucken? Ne. Okay, schade. Oh, hier ist ein Vorschlagkammer. Hier ist ein Vorschlagkammer. Noch ne Nagelkiste. Also, auf jeden Fall. Hier kannst du mal die Brassstange mit aus der Garage nehmen. So warte kurz. Das. 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 Teil herstellen. Alter. Zweite Mal schon jetzt ey. Scheiß Drecks Zombies. Die kommen immer so in meine Ecke gerannt. Ist noch eine Brassstange zur Not. So wir können jetzt erstmal wieder zurück. Hier sind auch Bretter zur Not. Ja ja. Die habe ich schon vorne. Und wenn die können wir die immer noch holen. Ich renne mal wieder zu der Base. Was? Ich renne mal wieder zu der Base. Der Base. Meinst du da kommt man rein? Ja. Ja. Ja wir brauchen auf jeden Fall nochmal ein paar Bretter. In der Garage waren ein paar auf jeden Fall auch. Ich brauche jetzt erstmal zwei Stämme. Ich habe keinen Ball. Ich hab. Ich hab. Voll stamm. Eins. Drei. Okay. Fett hast du nicht zufällig, was? Hm? Du hast kein Fett, oder? Nee. War hier nicht ein Schwein, ey? Ja, irgendwo. War hier nicht irgendwo eine Spitzhacke? Ja, in den Schuppen. Ja. Wirklich ist der Scheiss damit in die... Ja. Kannst du mir mal schnell helfen, den Stamm mit rüber zu fangen? Hm. Wo? Ähm... Wenn du an dieser Base bist wieder. Ja. Vorne. Ja. Und zwar... Wenn du hier direkt drauf zuläufst, auf die Baumreihe hier. Der Link... Der Linkere. Hm. Also... Ja, jetzt noch ein Stückchen rechts. Rechts, 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 rechts. Genau damit müsst ihr es gleich sehen. Hm. Und wolltest du denn bauen überhaupt... Du könntest... Du könntest hier vor mir fallen lassen. Zauern und dann ein Podest oben drüber. Du meinst so eine kleine Leiter da, so eine Treppe? Genau. So eine Plattform. wenn es darum ja wir stehen hier stehen abc stiefel bist du schon drin? ne noch nie musst du noch mal bretter holen so kommst du noch nicht hoch? ne brauch noch ne treppe ich bin jetzt einfach mal unvorsichtig und sagt der typ der kommt nicht mehr hier hin jetzt komm doch wahrscheinlich ja bauen treppe links das ist das ist das ist das ist das ist das ist nicht so was jetzt sind es mir jetzt schon irgendwie weh ich glaube da ist jetzt sogar ein auto drin wirst du trotzdem erstmal den Zaun wegkriegen dann? ja den Zaun kriegt man ja dann weg den hinteren wie du da rumbanken bist ey oder vielleicht ich unter dir und du dann drauf? ne eigentlich nicht ne eigentlich nicht wie stand ich denn jetzt? ja ich kann es mal versuchen mal stehen oder vielleicht so dass ich nicht hoch packe was was ah warte mal könnte grad irgendwie da hinkrepen Ich denke schon noch ein Weg rein. Weiß er den? Jo. Was ich aber auch noch suchen könnte wäre, warte mal. Boah, Alter. Kann ich jetzt erstmal hier hochgehen? Achtung. Kannst du mal auf der anderen Seite mit dem Ball hier versuchen zu demontieren? Wie meinst du? Ja, das Ding hier demontieren. Was ist das hier? Wo du drauf stehst? Ja, genau, genau. Die Plattform. Ich habe jetzt keine Option dafür, ehrlich gesagt. Warte mal. Ich bin nicht kippt mit. Warte mal. Auf meinen Rücken. Ich muss ein bisschen was abwerfen, warte mal. Am besten im Sitz, äh, im Knien, ne? Und dann springen. Ja. 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 Ja, ja, ja. Aber ich komme auch nicht rein. Hm, griechen? Kann ich nicht. Aber irgendwo, aber irgendwie... Ja, du rutschst gerade runter von mir. Bring mal. Aber ich glaube, hier geht das irgendwie, ne? So ein bisschen kommt man da so rein, irgendwie. Ja, muss nur noch reinkommen. Hm. Ist auch ihm das. Ja, genau. Ja. Dann lässt du dabei nach oben gucken, wenn du springst. Ich brech mir gleich bestimmt die Beine, ey. Nee, stimmt. Hm. Nee, geht nicht. Oder? Lass mich mal. Nee, bist schon wieder unter. Unter mir. Leck dich mal bei mir, äh, ich. Oh, hat mich gerade zurückgedrückt. Oh, guck mal. Ja, versuchen wir jetzt. Ja. Ja, ich gehe dann irgendwie so da hoch irgendwie. Wie? Ja, aber du stehst nicht mehr auf mir, ne? Du bist über... Wie? Wie? So wie du jetzt bist. Also ganz normal hinlegen. Wie? 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 Hier ist auch noch eine Ader Motorhaube, ne? Kann man die nicht auch irgendwie nutzen? Ja, können wir gleich noch mal versuchen. ähm, komm aber mal bitte her, ich muss dir eh noch was geben Moment Ich kann mal schnell noch Wände Oder hast du Feuer? Ich hab ähm, Streichhölze glaub ich gerade noch gehabt, irgendwann Ich brauche jetzt nicht mehr ein Schad Okay, komm mit Lass uns am besten an den Ofen gehen Ja, hier Was machst du? Wasser Also, kombinieren Feuerbohrer herstellen Hm, gefroren Ja Weißt du was hilft? Wenn du eine halb volle Flasche Wasser hast, die gefroren ist Nee Geh an den Brunnen, füll sie auf, du hast normales Wasser Was? Eigentlich voll sinnlos Handschuhe sind feucht Das ist feucht Das ist feucht Was ist feucht Was ist feucht Was ist feucht Was ist feucht Was? Begrüßen Schönen Ver Ford Die Verweiß 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 Ne Verweiß 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 Was ist das? Hast du Tabletten eigentlich? Äh, ja. Könnt's mir mal eine geben? Moment. Nicht wahr? Welche denn? Tetra? Ja, bitte. Einmal reinstecken wir den. Nö. So. 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 So.